Servus und Hallo bei EchenTV, ich bin der Andi, ich begrüße dich zum nächsten FM21 Part auf unserem Kanal, ich bin wirklich froh, dass wir nach 13 0 und 5 zu 1 den besiegten, es geht dann zur Pacific FC und dann müssen wir in der ersten Runde der Nordeinbräcke liegen, ich bin gespannt, was uns da erwartet, wie wir kommen und ich freue mich jetzt auch mal gehen auf Vereinsziele und der Vorstand ist erfreut, dass wir das Ziel erreicht haben, gut mithalten, nicht am Tabellenende landen, das wird noch lustig, aber schauen wir mal, ich würde sagen, da das jetzt eineinhalb Wochen vorgeht, würde ich ein bisschen vorspielen, wie es etwas Interessantes ist, aber warten wir noch den Transfertag zu Ende und dann die Postkonferenz und dann spiele ich ein bisschen vor die Länge im Wettbewerb sind oh, heute zum ersten Mal sind es sogar 6 und dann um jetzt wieder da die Länge im Wettbewerb, also bis zum ersten Mal sind wir jetzt im wahr, dann was ich jetzt dann da die Länge im Wettbewerb sind was ähnlicherweise bis zum ersten Mal sind es wieder das Setting auszusetzen und dann wieder ich meine ich mir wurscht spielverlegung ok ja ok ich wollte mal kurz gucken Quatsch-Stim-Bericht Karte-Tiefe sorry ich habe sonst niemanden für leichte Gesentrum habe ich den ei 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 schütze r k Papa wie Warte mal, gut, Teambericht, Der hat mich registriert. Auf Wiedersehen. Den trainiere ich, als Link verzeihe ich, ah habe ich ihn eh schon angestellt, okay, gut, das ist alles gut, der ist auf der Linke, ja, tun wir die auch mal in die 7, wir haben einen kleinen Kater, aber ich hoffe, das macht nichts. Den könnte ich hier auch um entwickeln, Entwicklung, Training, links, komplette Fliegelverteidiger, ab links, angreifen, ja, das ist schon ein paar gute, gut, und die 3, die verschiebe ich einfach einmal in, das sind die 3, der Vertragsauslauf, wenn ich ihn nicht verlängern möchte. Der ist zwar gut, aber ich kann ihn aufgrund der Ausländer regeln, zack, können sie sich beschweren, aber egal, zeig ich einfach ab. Gut. Dann sehen wir, wie schlecht es uns überhaupt geht. gut. ja, schon gut, Wolfdruck 2, für die Verhältnisse natürlich. Wir haben nur einen kleinen Kater, das ist halt problematisch, aber können wir uns aktuell nicht ändern. gut. 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 der Väter klappt doch eh aus, o? ja, also komm. Der Ecke dehnt sich auch. Und ich würde jetzt sagen, ich stoppe einfach mal kurz und ich werde mich gleich wieder, wenn wir zum nächsten Spiel kommen. Bis gleich. So ihr Lieben, ich habe noch nicht so viel, ich habe es langsam vorgespielt, aber ich habe schon mit dem Training den Trainingsplan für die Woche geändert, damit einfach das Verteidigen ein bisschen besser. Geübt wird. Zwei bis drei Wochen. Und ja, und ich würde sagen, ich stoppe noch mal kurz und wir hören uns gleich wieder. So, dann noch mal was interessantes, muss es bisher die Wechsel akzeptieren. Gut, bis gleich. So, dann was ich euch noch zeigen wollte. Ähm, nicht so sehr gut bei FC, nein, bei FC haben wir entweder Stopp oder Pause, deswegen kommt immer zu dem Finanzamt, wenn ich euch hier reinhole. Aber es macht nichts. Wir haben jetzt hier den Pacific FC. Wir haben ein gutes Passspiel. Und ein gutes, ähm, das Deckungsverhalten ist relativ gut. Aber die Strafraumkontrolle haben die schlechte Torhüter. Und beim Herauslauf haben sie auch noch. Also ihr könnt wirklich über Angriffe, könnte es gut funktionieren. Ich weiß auch wirklich nicht, wie gut sie im Vergleich zu den anderen Mannschaften sind. Kann ich die überhaupt nicht beurteilen, weil ich diese Liga überhaupt nicht kenne. Okay, das sind die restlichen Videos, die ich schon vor meiner Amtszeit rausgeflogen bin. Ähm, Profil. Schönen wir hier, ähm, Übersicht. Ah, bitte, mein Profil da ist, sieht man das Ohr. Nicht ein Stein, wann habe ich denn hier angefangen? Hm. Hm. Nein, Steine. Strags Info. 18.07. Haben wir angefangen. Hm. Ganz schwer sind die Chronik. Also die ganzen Spiele, die danach gekommen sind, die waren von uns. Die haben wir alle geholt. Genau. Also es ist dann auch gleich der Spieltag, soweit. Jetzt lasse ich euch einfach mal mitlaufen. Der geht auch. Das ist gut für unser Gehalt, Puget. Genau. Jetzt gehen wir mal auf Transfers. Genau. Das heißt, wir sind über unser Gehalt, Puget, aber das werde ich ja im nächsten Mal reinigen. Genau. Genau. Der Change-Karte. ich weiß nicht warum ich die nicht loben kann aber was ich hier gucken wollte ist menschliche Füge hier haben keine Filmspiele ich bin gefragt was ich erfahre ich jetzt auf die Interaktion und wir gehen nun auch gleich auf den Trainerlehrgang einfach nur ein Führungsspieler ist schlecht dass die beiden einfach besser werden dann nochmal zurück schauen wir uns die an dann könnte man ja auch mal schicken und das geht nicht wie sieht es mit dir aus ok gut ja ich erinnere mich vor dem Spiel sehr ich auch wirklich ein ungewohntes äh 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 ungewohntes Spiel weil es ja einfach auch ähm und keiner da ist genau da war die schwere Aufgabe ok lupe ich gern dann sehe ich 1,2,3,4,5 also die 5 Einzelnen wieder ähm nochmal zurück ja ok ich bin zuversichtlich genau ich lobe mir einfach wesentlich besser als ein frischgepackener Aufsteiger interessant und auch ja ich bin das ist nicht genau ich bin also wir sind aufsteiger was mich jetzt wundert ich dachte ich krege ich krege ich habe meine Hände mit Matthein Okay. Ich dachte hier doch irgendwo gelesen, dass es keine Absteuer gibt. Warte mal kurz. Link ist hier. Hier Aufstieg 0, Abstieg keiner. Okay. Interessant. Wie wir dann als Aufsteiger reingekommen sind? Ich weiß es nicht. Lass uns überraschen. Und wie gut wir sind. Oh, wie schlecht wir sind. Lass uns auch überraschen. Okay, leider ist er wirklich wichtig, weil das sei da hinten hier einfach auch er hier. Den habe ich dich auch geholt. Genau. Ist auch ein wichtiger Spieler für uns. Also wir haben gleich eine gute Verteidigung. Hinten rechts müssen wir vielleicht noch jemanden umschulen. Zeit lassen zuhören. Oh Gott. Verletzt. Dann kommst du rein. Nee, nee, nee. Hier nicht. Ja, macht nix. Jetzt bin ich gespannt, wer heute ist. Jetzt bin ich gespannt, wer heute ist. Jetzt bin ich. Wenn ich hier mal gestartet, dann schaue ich nicht zu. Wenn ich hier mal gestartet, dann schaue ich nicht zu. Ich glaube, er wird dich halten. Dann. Wie ist? Ich bin echt gespannt, wie wir uns in dieser Liga schlagen, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß es. Wie. Ich weiß es aber. Vielen Dank. Das ist noch richtig schlecht in der Liga, als Aufdeckerginger. Ich will nicht vergessen, liebe Leute. So machen wir doch keinen Einwurf. Ich glaube, wir werden unsere erste Liga laufen. Ich vermute mal, er hat meinen Pass zum Mann gebracht. Das ist von mir da. Okay. 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 Das war's für heute. Wir legen 2-0 hinten und ich sehe eigentlich gerade echt schwarz, hier würde ich wieder drehen sollten. Selten als Trinkwilgenzeiten. Ja. Ja. So, um, I really tried to have to kick, if I sat tight, I have a, which I can gain. Just a little bit shorter. Vielen Dank. Wieso machen die so diese langen Bälle? Damit habt ihr doch keinen Erfolg, Leute, oder? Dann haben wir eigentlich hier Vertrag. Ja, dann haben wir auch noch gucken. Ich kann es mal hier. 16 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 18 21 22 23 24 25 24 23 29 25 24 25 26 25 Und wer ist jetzt noch nicht so gut? Einer von den beiden nehmen wir den durch. Komm, 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 komm! Naja, die Spiele werden wir verlieren, aber ich hoffe, es wird sich noch ändern. Im Laufe der Zeit. Ich glaube, die Töne ist in einem Ort der American League leichter als in der armischen Premier League. Wir haben nur noch sechs Spiele, um uns zu erweisen. Ich habe jetzt nur verloren. Ich habe jetzt nur verloren. Ich finde, es hat nur die Noten ist nicht zufrieden. Ok, das ist ja so viel besser, aber vorhin waren wir mit 6.2, 5.2. Also wenn wir wirklich Neuling sind, dann ist es echt schwierig in die ersten Saison irgendwas zu reisen. Wir gucken gleich mal an, wie lange wir Vertrag haben hier. Und wir müssen ja auch noch gucken, wie sind die für Einzige, die die nächste Saison haben. Und wir müssen ja auch noch gucken. Ja, habe ich ein 7. Und wir müssen ja auch noch gucken. Nein, das ist bei der Konferenz. Und wir müssen ja auch noch gucken. 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 Und jetzt kommen wir auf die Vereinsziele. Okay. 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 Gut. Gut. Also wir sollen daraufhin arbeiten, ab der nächsten Saison in die Playoffs zu kommen. Schauen wir mal. Dann werden wir mal schon sehen. Okay ihr Lieben. Okay ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Servus. Euer Andi. Servus. Servus.